Ach, wie herrlich, noch eine Luffergurke und die da kommt auch schon und da kommt noch eine. Oh, das freut mich ja richtig, noch mehr Luffergurken. Ach Mensch, da ist hier noch einiges mehr am Wachsen und gestern habe ich das direkt mal überschwoben. Ja, da gibt es ein paar aufmerksame Zuhörer da draußen, aber zunächst mal hallo ihr Lieben. Ich bin gerade noch mal im Gewächshaus, habe ja gerade eine Gewächshaus-Folge gebracht zur Ansicht, was sich bei mir so tut. Noch ein bisschen verwiesen auf andere Videos, in denen ich schon ein bisschen was zu meiner Aussaat erzählt habe, wie ich das so angehe. Und ich möchte euch draußen natürlich auch motivieren, ab in den Garten, ab in die Natur, beziehungsweise anfangen zu gärten. Dann kann auch auf dem Balkon anfangen. Ja, und gestern hat jemand mir auch noch einen Kommentar zu dem Video geschrieben, in dem es um ein paar Pflänzchen ging, die ich nicht gezeigt habe. Ich habe ein bisschen was vergessen. Unter anderem hier die Pepino, die allerdings noch nicht zu sehen ist. Also es gibt was zu zeigen und etwas nicht zu zeigen. Oder zu sehen und nicht zu sehen. Ja, aber ich habe es euch vorenthalten und deswegen hier werde ich noch mal durchtängeln mit euch und nur noch das auffangen, was fehlt. Hinter mir unten habe ich übrigens den Mais hingepackt und noch ein paar andere Pflänzchen. Das kennt ihr alle schon. Salat und Kohl nehme ich gleich mit rüber. Aber hier gibt es, wie gesagt, ein paar Pflänzchen. Die Schrift ist auch schon ein bisschen blasser geworden. Deswegen gleich beim Lesen habe ich ein bisschen Verständnis, dass ich da vielleicht einen kleinen Moment brauche bei der einen oder anderen Pflanze. Und auch zum Sortieren, zum Gucken, damit ihr dann auch das Richtige vor die Linse kriegt. Ansonsten möchte ich euch darum bitten, für alle, die sich hier schon auskennen, bleibt bitte dabei. Ich habe nämlich auch ein paar Fragen. Denn einige Sachen hier verwirren mich. Ja, also wenn ich bei der Andenbeere gucke zum Beispiel, sieht eher nach Tomate aus. Aber wer weiß, vielleicht sehen die sich ja ähnlich. Also alle, die da erfahren sind draußen, bitte schreibt fleißig in die Kommentare, um für Aufklärung zu sorgen. Das kann ich dann auch an die anderen Zuschauer weitergeben, beziehungsweise die, die sich das dann halt auch durchlesen unter einem Video, was an Kommentaren ist und nach Antworten suchen. So, ihr kommt jetzt erstmal näher ran und los geht's. So, hier könnt ihr erkennen, wir haben einmal links Tomate, die nächste Reihe auch Tomate. Und das hier sollte schon eine Physale sein. Das wäre dann das hier. Also ich finde, das sieht schon eher nach einer Physalis aus. Da eindeutig Tomate. Aber worauf ich hinaus möchte, das werde ich euch gleich noch zeigen. Denn ein weiter hinten haben wir noch Artischocken. Das ist der Bereich. Und einmal hier. Hier auch Artischocke. Hier haben wir die Physalis, kommt nichts. Hier haben wir eine Physalis, kommt was. Also das ist für mich jetzt schon zu erkennen. Geht in die Richtung auf jeden Fall von einer Tomate. Könnt vielleicht bei anderen, wo ich ein bisschen Fragezeichen habe, dann auch so sein. Vielleicht kann mir das einer bestätigen von euch da draußen. Da haben wir zweimal Jalapenos. Hier auch. Dreimal Rot. Den könnte ich also rausnehmen. Sind dreimal die gleichen. Hier waren die Zuckerbusch-Tomaten. Die habe ich auf dem Boden schon gezeigt. Bei der Geschichte habe ich ja gestern gesagt, dass jede Menge Tomate bei war. Das stimmt auch für den Bereich bis einschließlich hier. Aber es gibt noch drei Reihen, die für euch interessant sind. Hier sind die besagten Pepinos. Gehen die noch weiter. Dame, Pepino, Dame, Pepino. Also wenn da jemand Pepino erkennen kann, dann sagt das bitte. Ist das da vielleicht eine? Das sieht doch sehr verräterisch aus. Sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Wer weiß. Wo ich mich so gewundert hatte, das war nämlich hier hinten rechts. Die hier sieht aus wie eine Tomatenpflanze. Soll eine Andenbeere sein. Aber wie kommt die Tomate dahin? Also ich habe da keine Tomate reingeschmissen. Ab und zu vertue ich mich mal. Aber da glaube ich das jetzt nun nicht. Oh, ich entdecke glaube ich gerade noch eine Pepino. So, guck mal, das sieht genauso aus wie das Ding da vorne. Da, guck mal. Könnte die Pepino sein. Ja, hier haben wir, oder hier soll wachsen. Das sieht aus wie die Andenbeere. Das nicht, das auch nicht. Und hier vorne haben wir noch Chili. Da soll auch Chili drin sein. Hier hinten haben wir dann noch Pimento. Hier haben wir Paprika. Also Pimento ist ja auch eine Paprika, soweit ich weiß. Und jetzt habe ich hier gerade einen Insekt von meiner Linse. Könnt ihr das sehen? So ein bisschen. Ja, aber hier das Verenig-Tender müsste auch eine Paprika sein. So sieht es aus. Chili, Paprika, Pepinos, Jalapenos. Ja, das sind so die Sachen, die ich ausgelassen habe. Ja, vielleicht habt ihr da ein paar Antworten für mich. So, ich denke, das war es hierzu. Die anderen Tomaten sind alle wundervoll am Kommen. Das konntet ihr gerade in den Bildern auch mitsehen. Und ja, ich schnippe mir jetzt hier die zwei Anzuchtplatten und werde den Salat und den Kohl dann rüberbringen. Beim Blumenkohl war nämlich noch nichts zu sehen und beim Salat viel, viel zu wenig für die Aussaat. Vielleicht schmeiße ich da auch noch ein bisschen Saatgut drüber. Ich habe nämlich heute meinen Saatgutordner mit. Saatguttütchen. Ein bisschen gibt es auch im Garten zu tun. Ich habe ja gesagt, es wird nicht nur hier rumgehen. Ich möchte ein bisschen was zu den Beeten zeigen. Ich möchte ein bisschen zeigen, wie man Wasser sparen kann. Generell, was man in der Permakultur gerade alles so macht. Bedeutet aber nicht, dass es nur in der Permakultur so ist, sondern auch, wenn ihr da draußen einen Garten habt, der nichts mit der Permakultur zu tun hat, gibt es auf jeden Fall genug Sachen, die ihr bei eurer Anbaustrategie oder eurer Gartenstrategie auch anwenden könnt. So, ich lege los. So. So, Salat und Kohl ist alles hier. Hier werde ich wahrscheinlich dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen Saat drüber streuen. Aber jetzt nicht in dem Video, ist nicht wichtig. Hier unten habe ich noch Knoblauchgras. So, nun stehe ich in meinem Garten und es sollte ja ein bisschen darum gehen, was könnt ihr im Moment machen. Und da rate ich euch nur dazu. Fangt das an, wo ihr die meiste Energie zu habt, wo ihr richtig Lust drauf habt. So ergibt sich eins zum anderen. Oft, wenn man dann im Flow ist, dann kann man ganz, ganz andere Sachen angehen, weil man auf einmal Ideen hat oder alles gar nicht mehr so schwer ist, wie man das vorher vielleicht im Kopf hatte. Gartenarbeit, so sehe ich es persönlich nicht. Für mich ist dies Jahr richtig schön gewesen. Also, so richtig nach Arbeit hat sich bisher gar nichts angefühlt. Ab und zu ist mal so der Drang da gewesen, ich könnte jetzt gut zu Hause bleiben. Ich muss aber heute los zum Gießen. Ich muss gucken, wie es den Pflänzchen geht. Also, es ist eine gewisse Pflicht dann auch dabei. Und ja, diese Lebewesen sind mir halt auch wichtig. Und um jetzt noch mehr erzählen zu können, hüpfen wir einmal rüber. Bei so trockenem Wetter muss man im Moment ja ordentlich gießen. So, einmal gegossen. Mal Druck ablassen. Im Moment ist es so, dass wir sehr trockene Zeiten haben. Deswegen geht es ums Gießen. Und ich möchte euch jetzt sagen, wie ihr Wasser sparen könnt. Das ist kein neuer Tipp. Das ist etwas, was ich anwende, was auch schon viele machen, aber immer noch zu wenige. Ich sehe es an den ganzen Nachbargärten und so im Schnitt. Kartoffelbeet habe ich schon komplett mit Mulch bedeckt. Da brauche ich im Moment gar nicht gießen. Da ist genug Feuchtigkeit drunter. Dann die anderen Beete klingen immer ein bisschen was, weil ich möchte, dass der Humusboden auch lebendig bleibt. Hier könnt ihr das jetzt noch mal besser sehen. Aus anderen Videos auch schon bekannt. Hier habe ich eine richtig dicke Mulchschicht. Also ein Stückchen ist er schon. Und das hält mir das darunter alles feucht. Also hier habe ich direkt feuchte Erde. Wunderbar, immer noch. Ein paar Tage nicht gegossen. Und es gibt ja ein Problem, wenn ihr so Rasenschnitt auf den Haufen haut oder generell sowas, was ihr zum Mulchen benutzt, gibt ja verschiedene Sachen, die man benutzen kann, dann gibt es ja generell das Problem, dass es schimmeln könnte. Das ist ja auch, wenn dann so ein Bioprozess startet in Form von, dass sich das auf eine Art verkompostiert, das ist ja so der Anfang, dann setzt das natürlich Energien frei. Und so funktioniert letztendlich auch ein Kompost, der, die Hitze, die dann da drin ist, die trägt dazu bei, dass das alles so richtig schön verkompostiert wird. Und wie beugt man bei den Dingern dann vor, weil man will ja keinen Schimmel im Beet haben. Mein Tipp dazu, benutzt effektive Mikroorganismen. Die kann man in Läden super, super teuer kaufen. Wer ein bisschen recherchiert, findet im Internet für drei Euro so ein Ding, plus Versand natürlich. Das ist dann ein Liter. Und wenn ihr den einmal habt, dann könnt ihr den auch vermehren. Ich habe schon versprochen, dass ich zum effektiven Mikroorganismen vermehren auch noch ein Video mache. Das wird auch noch kommen, aber alles zu seiner Zeit. Wahrscheinlich baue ich das auch in ein normales Video ein. Ja, also demgegenwirken könnt ihr wunderbar mit effektiven Mikroorganismen. Dann nehmt ihr die Gießkanne, haut einen Schluck mit rein, rührt um und dann ab ins Beet damit. So habe ich das überall gemacht, ich habe keine Probleme. So, dann könnt ihr hier wunderbar erkennen. Beet angelegt, schön schier gemacht, da auch. Und dann hier alles voll. Ich habe hier noch jede Menge Erdbeeren zwischen. Die habe ich im Hinterkopf, weil ich noch an anderen Stellen Erdbeeren dann ganz gerne pflanzen möchte. Da vorne ist Unkraut, habe ich schon recherchiert. Und dann gibt es noch ein paar Pflänzchen, da habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Also ihr könnt Beete anlegen. Macht Beete frei, grabt um, bringt Nährstoffe rein. Ihr könnt mit Bokashi arbeiten. Wenn ihr es noch nicht habt, verfolgt mich. Das werde ich euch alles zeigen, wie ich das so in meinem ganzen Kreislauf einbette. Und die Nahrung, die ich zu Hause verarbeite oder die Essensreste dann hier in meinem Beeten landet. Und so kommt Nährstoff rein. Hier war auch Bokashi drin. Jetzt habe ich hier Radieschen und Möhren und wie auch immer. Und an der Stelle, da lasse ich mir nachher inspirieren, vielleicht bleiben die Erdbeeren noch an der Stelle. Weil so schlecht finde ich das hier gar nicht. Das heißt, hier werde ich irgendwann noch mal beigehen und das frei machen. Also es ist keine Herausforderung. Da gehe ich mir der Grabegabel bei und fliege das einmal um. Da vorne habe ich es ja gemacht, auch ein Video dazu. Das werde ich euch mal oben rechts verlinken. Da könnt ihr euch das direkt ansehen. Das muss ich euch nicht vormachen. Das Ganze ist alles gar nicht so schlimm. Und wenn ihr das einmal gemacht habt und dann im Kreislauf jedes Jahr wieder macht, dann werdet ihr merken, wie das immer einfacher wird. Quäke. Ich habe hier totalen Quäkebefall im Garten und ich mache das Beste draus. Das ganze Hochbeet besteht hier aus Quäke. Das sind so Sachen, die ihr jetzt machen könnt. Legt Beete an, klappt alte Beete um, bereitet die vor. Ihr könnt Holzkohle reinbringen, was ich euch empfehlen kann. Klar, hier Pferdemist und so. Aber hier, nicht kein Frischen, das wird zu hart für die Beete. Ja, was habe ich gesagt? Holzkohle. Urgesteinsmehl hat noch gefehlt, genau. Also ich habe da auch schon mit Ziegelmehl gearbeitet. Da habe ich einfach die Ziegel kaputt gehauen und dann auch ein bisschen in die Beete. Das habe ich sonst weiter nicht verfolgt, finde ich aber richtig gut, weil da drin können die effektiven Mikroorganismen gut leben und ich wette, da sind auch jede Menge Mineralien drin, auch wenn ich keine Ahnung habe, welche, ganz ehrlich gesagt. Wenn das von euch da draußen jemand weiß, weil die Farbe von Ziegelsteinen entspricht auch der Farbe meines Urgesteinsmehl, was ich mir besorgt habe. Und wer weiß, vielleicht werden die auch schon so recycelt. Ich habe da keine Information, wenn von euch einer was weiß. Immer raus damit. Wäre sehr, sehr interessant. Dann an dieser Stelle wunderschön. Ihr könnt auch Beete vorbereiten für Blumen. Macht bloß was für die Insekten. Ihr wisst ja, wichtiger denn je. Hier habe ich, das will ich hier alles noch auf den Kompass hauen. Die Sachen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich die Seite. Ihr könnt euch super tolle Sachen in euren Garten bauen und auch Bauschutt verwerten und so weiter und so fort. Und ich kann euch empfehlen, baut was für die Wildbienen. Es ist wichtiger, wichtiger denn je. Es geht nicht nur um die Honigbienen. Ich finde, die Wildbienen werden viel zu sehr vernachlässigt. Deswegen, ich möchte ein bisschen euer Feuer wecken für die Wildbienen. Übrigens, das ist nicht deren hauptsächlicher Brutort oder Aufhaltungsort, wie man das dann dann möchte, sondern es gibt super, super viele Wildbienen und das ist übrigens auch die Mehrzahl der Wildbienen, die in der Erde irgendwo wohnen. Also hier hinten habe ich ein paar Stellen. Habe auch letztens in der Nähe, in einem Park, so einen ganzen Hügel gesehen. Da laufe ich darauf zu und auf einmal bewegt sich der Boden. Alles voll Wildbienen. Das war so spannend anzusehen. Ich habe da eine Zeit verbracht, ganz achtsam. Durfte auch zwischen den Bienen sein. Da hat mich keiner angegriffen. Ich habe auch nichts totgetrampelt. Richtig, richtig schön. Also sorgt dafür, dass ihr was für die Tiere, Insekten in euren Garten holt. Ich sage euch, tut ihr was für die Tiere, tut ihr was für eure Pflanzen, tut ihr was für eure Seele. Es ist so heilsam und dem Beten wird es gut gehen. Wenn das Leben tobt, da werdet ihr richtig tolle, gesunde Pflanzen haben. Ja, richtig schön. Oh, das ist richtig schön warm gerade hier. 14 Grad. Fühlt sich deutlich wärmer an. Jetzt wird es auch in den Klamotten sogar schon richtig warm. An einer frischen Luft, also 14 Grad. Mehr werden wir heute nicht kriegen oder sollen wir heute nicht kriegen. Mein Garten fühlt sich aber generell immer ein bisschen wärmer an. Ja, da vorne ist ein Diesel reingekommen. Das zeige ich demnächst einmal. Ich glaube, das dürfte bei euch jetzt nicht drauf sein. Dann habe ich ja jede Menge Holz hier liegen, was für andere Zaungäste dann eher so aussieht, als ob ich meinen Garten nicht aufräume. Das habe ich ganz bewusst hier so liegen. Den Haufen habe ich hier geschenkt bekommen. Das hat jemand für mich gemacht. Hat gefragt, wo es hin soll. Hier vorne und ja, den habe ich selbst so ein bisschen angeordnet. Die Sachen lagen ja erst auf dem Kartoffelacker. Und ja, warum sage ich das? Mache ich das? Das ist ein bisschen Lebensraum für Vögel. Im Frühjahr auf jeden Fall ganz, ganz doll. Zum Nisten, die ist hier eher weniger. Eher so Naturzäune. Und in dem Bereich, das ist so ein Bereich, da können noch wunderbar Igel überleben. Also hier gibt es genug Ecken, wo man bis hinten durch kann und dann sind die Tiere geschützt vor Feinden und natürlichen Feinden. Und ja, generell haben sie es dann halt Wärme und kommen durch den Winter. Deswegen habe ich das hier stehen. Das kommt so bald auch nicht weg. Das sind aber Sachen, die ich Stück für Stück dann hinten mal zu Holzkohle verwandeln werde, zur Aktivkohle. Und deswegen halte ich das für sehr sinnvoll, dass ihr euch auch im Garten Ecken anlegt, in denen ihr was für die Tiere schafft. Ich habe da auch ein tolles Video gemacht, wie ein Hortus angelegt ist. Das werde ich euch auch einmal oben rechts verlinken. Da habe ich noch mehr in diese Richtung, gerade für Tiere, wie man so einen Garten aufbauen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Der Horizont ist so weit. Macht einfach, folgt eurem Herzen, denkt an die Tiere und ihr werdet nachher tolle Ernten haben. Das verspreche ich euch. Also ihr seht, ihr habt so viele Optionen, irgendwas zu machen. Und ich kann euch raten, geht da mit Herz bei. Geht da bei, wo ihr Lust drauf habt. Macht da keine Arbeit draus. Das soll ein Erholungsort sein. Er soll euch irgendwie versorgen. Ich kann euch nur raten, macht das. Legt euch eine Oase an und wer schon dabei ist. Macht euch von dem Gedanken der Arbeit frei. Ich garantiere euch, wenn ihr mit Herz dabei seid, freischnauze und mit einem guten Gefühl, dann verschwindet die Arbeit und dann wird das was Schönes. Unkraut jäten, fällt dann nicht schwer. Unkraut jäten, Beikraut jäten, wie auch immer. Die ganzen Beete, die ich jetzt noch nicht fertig habe, da Sonnenblumen, dort beim Tortenbeet, dort habe ich was, dort, dort, wie auch immer. Da gibt es ein Verständnis. Ich habe so viele Beete, aber ich weiß nicht. Ich habe da noch genug Zeit. Die Pflanzen sind in den Anzug. Wenn ich jetzt wirklich einen Tag irgendwas einsehen möchte, dann mache ich das einfach in einem Stück durch und habe da überhaupt gar keinen Schmerz mit. Also wenn die Freude damit geht, das Herz mitgeht, ich verspreche euch, dass ihr werdet euch frei fühlen und ihr werdet viel mehr schaffen, als wenn ihr das Ganze als Arbeit betrachtet. Ich werde euch gleich auf der linken Seite noch ein paar Videos verlinken. Da habt ihr noch ein paar gestalterische Tipps, was ihr so mit den Beeten anstellen könnt, wie ihr euren Garten gestalten könnt. Hier gibt es ganz viel Inspiration. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Sachen anzupacken. Und ja, klickt da mal rauf, guckt da mal durch. Für alle, die neu sind, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Es ist eher eine Gemeinschaft hier, auch wenn ich das nicht immer schaffe, auf alle Kommentare einzugehen. Es ist doch ein Allgemeinwohl und ein Miteinander. Und ich würde mich freuen, wenn du auch mit dabei bist, ein Abo dalässt und das nächste Mal dann auch wieder zuschaut. Oder dann zuschaust bei den Videos, die dich interessieren. Ihr müsst lange nicht alles gucken. Ich habe ja hinten eine Folge, ihr verpasst gar nichts. Okay, jetzt lenkt mich eine Hummel direkt vor der Linse ab. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars, sie ist direkt vor der Kamera. So, und weg. Was machen wir denn jetzt? Ah, Pflanze drüber bringen, genau. So, hier. Ach, die Vögel so schön, ne? Ich habe schon mal probiert. Es ist deutlich milder noch als der Schnittlauchknoblauch und da bin ich schon gespannt, das im Essen zu verwerben. Schön. Hört euch das an. Oh, ist das schön. Ich sehe dich. Hallo. Ich sehe dich. Hallo. Jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist aber Schluss.